Hallo und herzlich Willkommen ich bin Marfuka und wir spielen eine Runde Minecraft mit dabei ist Samyx Saldidu und ich hab ein bisschen an dem Gebäude weiter gebaut weil ich gucken wollte wie es aussieht ich bin echt zufrieden also es sieht schon gut aus oder was meinst du ja ich finde es eigentlich auch ganz gut obwohl es ja so flach ist also so so dünn aber ich finde es sieht eigentlich ganz gut aus hier so ja kann man machen also ich glaube ohne diese Stufen hier und die Leiter ähnlich die Leitern gehen den Zaun würde das wesentlich beschissener aussehen ich glaube die machen schon einiges aber ich will noch mal kurz was an den Kronenleuchtern auch so wie ein anderer Gott bisschen die Idee von den Kronenleuchtern aber die schweben halt weil es halt nur halbe Blöcke sind aber das siehst du von unten nicht und ja hat mal was anderes dieses weil du halt ein hohes Dach hast natürlich könnt ihr da auch eine Etage reinmachen dann kannst du hier schön schöne Aussicht hier ne die fette Aussicht aber finde ich schon so in Ordnung ich würde sagen die Bahn kommt hier durch auf jeden Fall muss ich erstmal gucken dass ich irgendwo mich runterpuddel dann hier muss ich selber gucken ich glaube da hinten irgendwo bevor ich es vergesse das habt ihr bestimmt schon gemerkt ihr seid äh also wir sind diesmal in der Ansicht von Samix oh warte ich mach's wieder nochmal nicht bei mir ja ups das reinige ich hier darum bringt's mir nichts viel wenn ich euch zeigen will wo die Mine ist weil die seht's ja sowieso nicht ja nur so zur Aufklärung warum das öfters mal so ist ja das liegt einfach daran weil bei mir geht halt das Ablooten ein bisschen schneller und er lohnt sich halt mehr bei mir aufzunehmen genau aber er tut es jetzt kurzfristig aufnehmen und da ist es halt dann schon eine bessere Idee wenn er es hochlebt wie lange dauert es bei dir ungefähr 15 Minuten Video für höchstens eine Stunde ja bei ihm jetzt also 10 eine Stunde bei mir würde ein 15 Minuten Video oder was heißt würde es geht sieben bis acht Stunden bis es hochgeladen ist man muss ja sagen dass Nationheim also das beste Upload hat er sagt immer das sei es irgendwie 15 Minuten Video so eine halbe Stunde oder so ja und ich hab grad eben rausgefunden wie er meine perfekte Stuhle Minecraft baut perfekt schau dir diesen Stuhl an hey wo bist du ist er nicht ein bisschen groß ja schon aber sieht aus wie ein kleines Kind aber es sieht aus wie so ein richtiger Stuhl ey ich weiß wie man eine Bank baut ja ist der Stuhl doppelt so groß ja damit könnte man so ein kennst du diese XXL Stühle da und diese Möbelhäuser wenn wir damit bauen stimmt wir sollten noch so ein äh so ein schönes Landchen aufmachen oder eine ein Themenbereich wo man winzig ist und alles groß ist denkst du man bräuchte hier vielleicht noch denkst du man bräuchte hier man bräuchte hier vielleicht doch irgendwo hin und wieder mal so ein freien so ein paar Bänke oder so ja ja schon in diesem Texture Pack fände ich aber auch nichts mehr Namensschild weißt du wo normale Schilder sind ähm ich glaub ganz sind oder jetzt hab ich es gefunden ach ne ganz weiten okay boah guck doch mal das ist doch ne geile Bank oder schade dass es nicht wieder bei der PC-Version ist dass man sich hinsetzen kann oh irgendwann wird das auch kommen für die Playstation 4 nur die Frage ist wann ich glaub einmal oder zweimal im Jahr kommt ein großes ne kommt oder ja doch zweimal glaub ich zweimal kommt ein großer äh boah das sieht aus wie der Toilette boah warum machen wir eigentlich jetzt in eure Scheiße Junge ja dann kannst mir ja mal helfen hier die Bahn helfen hier runter zu bauen gehen wir hier runter hier zack 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 wenn ich das jetzt nur ein Block tiefen Macher dann packt es doch so komisch rum oder dann würde ich nicht gehen wegen dem Sonntag ja den tue ich ja noch auswechseln das ist ja kein Problem ach so ich würde es aber nicht ein Block tief machen ein bisschen tiefer schon noch ja aber ich muss ja umdrehen weil die ähm die Mine ist hier drüben ach so also zumindest warte wann kommt dieses Wiebe raus am Donnerstag Donnerstag ja na ok ja wir nehmen hier grad noch am Mittwochabend auf dann was meinst du reicht das um aber noch eins weg das müsste reichen dass es nicht so komisch rumpackt ja oder ja 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 dann gibt es Gespräch Jo hier ich gebe dir mal einen guten Trank erst mal ein Trinken bei der Arbeit Bier 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 auch noch endlos Flasche ja morgen kommt natürlich auch noch mal Jo wir haben es geschafft ja hier ist natürlich noch das coole ach so du brauchst einen Trank der Nachtsicht hast du einen ja ich nehme grad ein perfekt wo sind wir nochmal raus gekommen ich finde das Loch nicht mehr perfekt oh wenn es so hell ist sieht das ja richtig seltsam aus aber sowas von hey Junge wo sind wir raus gekommen hey hier doch oder irgendwo ah ja genau oh hey ne hey was hast du das zugemacht nö ach hier guck mal hab's gefunden na ok das sah so komisch aus ich würde sagen wir gehen noch tiefer tiefer ok ähm dann nehme ich nur mal einen Stein so 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 dann gehts hier rüber verstecken ich hab nen Nachtsicht mein Lieber ok das ist verwirrend hier naja jetzt aber hm hmm das kann aber nicht her rüber springen oder boah aber sowas von wie scheiße ist das denn du kannst von hier drüben einfach rüber springen so wenn ich wieder aber im Kotzeig was ich gesagt habe ist du kannst von hier rüber springen guck mal gut schon verschüssen mit der städtisch ich höchste trotzdem kommen hier rüber springen wenn er das was bringen fürs Jump'n'Run hier warum schaffe ich das nicht ach man kann ja noch weiter nach vorne das ist hier nicht der Sinn der Sache ach Helga ich versuche es lieber nicht mehr überhaupt noch einen Versuch hier dieses Jump'n'Run wirst du nicht gewinnen ich habe es geschafft alles klar jetzt ist die Frage wie mache ich das am besten fahr hier unten hier mitten hast du das ehrlich ausgekommen oder gabst du schon das gab schon das war schon aber das da drüben habe ich gemacht das stimmt das hier haben wir zum Teil gesprengt das habe ich gesprengt man sieht es auch irgendwie sieht so aus wenn ich ein bisschen zerstört aus dann habe ich gesehen dass hier unten gerade noch mal eine ist ach so das heißt es sind zwei nebeneinander ich weiß noch damals dass wir als wir so angefangen haben mit den Pyramiden oh je hör mir auf damit ich habe ja allein zwei wochen gebraucht um das ganze hier gerade zu kriegen bei der Wüste und dann hat man sich die Anzeiten und diese Gania Mucke angehört ich rauch man kann ja den ganzen Tag ja was meinst du wie sollte ich es machen ich weiß es nicht ich würde ja einfach jetzt hier also du machst du hier dann die Schienen durch gell ich würde sie einfach durchgehen und hier oben also ich würde jetzt ja am Anfang ein bisschen mehr links an der Wand damit man vom Jump'n'Runner nicht rüberkommt eigentlich schon können wir ja noch machen das ist ja kein Problem ähm hast du dein Timer gerade noch ja wieviel Zeit haben wir noch nicht mehr oder was ja ich weiß nicht ob er ganz richtig ist weil mein Handy ist kurz äh in den Standby Modus gegangen aber meiner Zeit noch drei Minuten dreißig gut meiner drei Minuten zwanzig wegen der vermasselten Ansage okay sowas gibt es auch bei uns liebe Leute ich glaube ich zu sogar den Fell mit rein ins Schneiden am Anfang ja das ist ja das Problem mit dem Intro ja das mache ich aber noch alles machen wirklich rein ich mache es einfach das kannst du ganz schnell auf den USB-Stick rüberziehen weil USB-Stick deinem Handy ja stimmt Alter was ich aber anscheinend ist wenn man sich ja man kann sich ja diese LK oder oder wie auch heißt du kannst hier diese Elgato kaufen aber die ist anscheinend irgendwie für Scheiße die spackt immer wohl oft rum die Elgato aber für so spätere Sachen würde es sich ja schon erlohnen aber ich bin Share Factory eigentlich ganz in Ordnung es gibt halt noch ein paar Sachen die sie verbessern könnten aber es gibt ein paar Sachen die sollten sie machen wie zum Beispiel dass man seinen USB-Stick mit seinen Videos drauf einfügen kann BAM ich kann zwar das Intro mit rein nehmen aber dann hört man nur die Musik davor und nicht das Video bestellig Aaaaaaah na das ist immer so ne Sache ne ja kannst du hier nicht einfach ähm ach ich hab keine Ahnung ich würde gerne runter auf den Boden irgendwie ja ein bisschen tiefer äh 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 da da hier müssen wir den Stein platzieren oder ja bin schon dabei soll ich schon Maschinen hinlegen äh wetten das ist dann wieder so schnell dass man von dem ganzen hier nichts mitkriegt ja wahrscheinlich schon ich hoffe dass das man nicht irgendwie so dass man nicht irgendwie so ein Ding hätte also ja stell dir vor du hättest zum Beispiel so ein Geschalter den du so platzieren kannst und dann kannst du dort einstellen wie schnell die Bahn fährt das macht natürlich auch geil du kannst ja auch selber fahren aber da muss alles eben sein mhm das ist aber eigentlich auch ziemlich langsam ja darf sie halt nicht so lang sein hier runter funktioniert das wenn man immer detektor schienen und booster schiene abwechselnd macht ähm müsste ja ja eigentlich schon ich würde mal sagen wenn da immer zeigt dass die episode jetzt gleich vorbei ist gell gleich ja mir zeigt es doch 15 sekunden ja dann würde ich sagen das war's für die folge danke fürs zuschauen lasst gerne bewertungen da daumen nach oben oder einen daumen nach unten ja aber schreibt dann bitte dazu warum was euch nicht gefallen hat und danke Semix jo und bis dann schau leute tschüss tschüss